Musik Guten Morgen Traderinnen und Trader, heute Zeit für den Blick in britisches Pfund US-Dollar. Euro-Kan-Dollar haben wir auf der Uhr und den Ausbruch über den wichtigen oberen Widerstand im Euro-Austral-Dollar. Da wird gerade ein interessantes Level getestet und das müssen wir uns an dieser Stelle auf alle Fälle mal etwas näher anschauen. Denn da ist ein interessantes Level für aktive Trader. Das Ganze gleich hier live in meiner Sendung mit Tickmill. Und hier noch ein kleiner Sendehinweis. Heute um 14 Uhr. Man hat es im Vorspann, auch im Video schon gesehen, haben wir hier die US-Election-Debate. Das Ganze wird übertragen per Zoom. Wer das Ganze noch mit reinnehmen möchte, geht einfach mal auf die Webseite von Tickmill. Ich zeige es an dieser Stelle gleich noch mal kurz einen Augenblick. Da muss ich ganz flott hier die Internetseite von Tickmill mal schnell noch aufrufen. Ich ziehe es mal eben ganz groß auf den Bildschirm hier drauf. Also hier einfach auf die Werkzeuge gehen, auf Webinare gehen und dann entsprechend hier 27. Oktober, 14 Uhr deutscher Zeit, die US-Election-Live-Debate-Panel. Bitte einfach anmelden, wen das interessiert und dann entsprechend live mit reingehen. Ich poste gleich noch mal in den Chats hier entsprechend die Links oder den Link zur Anmeldung sozusagen. Facebook hat es bekommen. Moment, Zoom packe ich natürlich auch direkt mit rein. Weil auch hier soll natürlich jeder, der die Möglichkeit hat, da dran teilzunehmen, auch mit reinkommen. Das passt. Okay, damit hätten wir das an dieser Stelle auch besprochen. Wird eine spannende Geschichte. Tickmill-Analysten werden hier befragt. Zur aktuellen Meinung rund um das Thema der US-Wahl. Was erwarten wir? Wovon gehen wir aus? Das wird doch recht interessant, denke ich mal. Hier auch viele verschiedene Meinungen an einer Stelle zu hören. Bin gespannt, wie es wird. Wir gehen weiter zu unserem heutigen Markt oder zu unserer heutigen Marktvorbereitung hier. Zunächst mit dem Blick auf den Risikohinweis. Ich bitte wie immer in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das hätten wir da. Und damit gehen wir zu den Tagesnachrichten an dieser Stelle. Wir sehen es heute auch. So viel ist nicht da. 13.30 Uhr bekommen wir den Auftragseingang für die langlebigen Güter. 15.00 Uhr das Conference Board Verbrauchervertrauen und um 21.30 Uhr dann den API Rohöl-Lagerbestand. Das ist das, was auf uns wartet. Etwas Wichtiges ist heute Nacht bei uns reingeflattert. Barrett ist bestätigt als oberste Richterin. Damit hat Trump sozusagen wieder mal etwas geschafft, was im Normalfall eigentlich immer erst nach einer Wahl gemacht wird. Aber Trump hat hier alles dran gesetzt, dass Barrett noch vor der US-Wahl an dem obersten Gericht bestätigt wird. Das ist jetzt passiert. Damit wird der, sag ich mal, der republikanische Anteil im Senat weiter gestärkt. Sechs von neun Plätzen sind mittlerweile durch Republikaner besetzt. Das ist die erste Seite. Die zweite ist natürlich, das ist natürlich ein großer Triumph für Trump, weil er hat ja schon gesagt, er geht davon aus, dass hier massiver Wahlbetrug sozusagen vorausgeht. Alles andere als ein haushoher Sieg von Trump kann nicht kommen. Das ist Trumps Lesweise. Und wenn er nicht haushoch gewinnt, dann fechtet er sozusagen die ganzen Briefwahlen an. Und das ist schon ein bisschen tricky an dieser Geschichte, weil natürlich an dieser Stelle das ganze Verfahren, wann der Präsident denn dann bestätigt wird, weiter in die Länge gezogen wird. Das ist wichtig oder das ist ungünstig für die Märkte. Das mögen die Märkte überhaupt nicht Unsicherheiten. Das kann die Volatilität doch deutlich erhöhen. Und das muss man dann immer so ein bisschen mit auf dem Schirm haben. Also das ist, was heute Nacht reingekommen ist. Ansonsten noch von den wichtigen Nachrichten hier für uns in Deutschland wichtig. Kanzlerin Merkel spricht sich mittlerweile für einen Lockdown in der Light-Version aus. Das heißt, das, was wir in vielen Regionen immer mal sehen, dass man sozusagen an bestimmten Spots gewisse Einschränkungen macht. Das soll dann landesweit kommen, dass man sagt, okay, wir brauchen ja Einschränkungen bei den Restaurants beispielsweise. Also dort an den Punkten, wo wir momentan immer wieder die Hotspot-Bildungen haben, die privaten Feierlichkeiten in den Clubs, in den Gaststätten und, und, und. Und das wird dadurch eingeschränkt. Kindergärten, Schulen, der Handel soll aber offen bleiben, soweit es geht. Also mal sehen, was da wird. Das Thema ist auf alle Fälle da. Da spielen die Märkte jetzt mittlerweile auch. Da haben wir gestern die ersten deutlich negativen Impacts gesehen an den Märkten. Heute sieht es ein bisschen nach Erholung aus. Aber ob da wirklich was kommt, müssen wir erst sehen. Weil man weiß natürlich nicht, wie das Ganze hier entsprechend weitergeht. Und die Corona-Zahlen steigen ja auch bei uns in Deutschland in ziemlich schnellem Maße nach oben an. Und das kann am langen Ende deutliche Probleme geben. Deswegen bin ich hier auch selber gespannt, was da am Ende gemacht wird. Ansonsten sage ich an dieser Stelle auch hier, wir haben wieder viele Live-Zuschauer. Da freue ich mich natürlich sehr drüber. Wer hier Lust hat, den einen oder anderen Wunschmarkt analysieren zu lassen, gerne entsprechend rein in die Chats, auf Zoom und auch auf Facebook. Ich habe sogar vorhin schon eine Meldung bekommen von einem unserer regelmäßigen Zuschauer. Er kann heute nicht. Ich soll mal schauen, ob beim Cable ein Golden Cross da ist. Das habe ich entsprechend auch in die Vorbereitung mit reingenommen. Also nutzen Sie ruhig die Chance, hier auch mal Ihre eigenen Fragen zu stellen. Wir machen weiter hier mit den Chats an dieser Stelle. Und wir schauen gleich einmal aufs Cable. Also britisches Pfund, US-Dollar hier an dieser Stelle. Und weil wir die Frage hatten zum Golden Cross, was ist denn das Golden Cross? Das Golden Cross ist ein Handelssignal, wo der 50er Durchschnitt den 200er Durchschnitt kreuzt. Das ist ein Golden Cross. Also hier an dieser Stelle der 50er von unten nach oben. Also hier die rote Linie, wenn ich mal doppelt draufklicke, das ist der SMA 200. Ich arbeite hier mit dem Simple Moving Average. Man kann das Ganze auch hier noch auswählen auf andere, also exponentiell gewichtete, geglättete Linie A, wie man das auch immer will. Das ist so ein bisschen Geschmackssache. Ich arbeite in der Regel mit den einfachen gleitenden Durchschnitten. Das passt so weit ins Bild. Wie schon gesagt, das Golden Cross gab es hier, als der Kleine durch den Großen durchgegangen ist. Alles andere ist hier sozusagen nicht zu sehen in diesem Zeitraum. Und aktuell haben wir hier mit Sicherheit kein Golden Cross vorliegen. Dazu sind diese beiden Werte viel, viel, viel zu stark auseinander. So, jetzt lösche ich die mal eben ganz kurz noch raus. Ups, das wollte ich gar nicht. Sondern hier einmal hier, einmal löschen. Hoppala, abbrechen. So, jetzt nochmal kurz einen Augenblick. Indikator löschen. Klick drauf, rechte Maustaste. Zack, sind sie weg. Wir schauen jetzt auf was ganz, ganz anderes. Wir schauen jetzt im britischen Fund, US-Dollar, auf die aktuellen Geschehnisse im laufenden Trend, den wir hier haben. Und zwar sehen wir hier, dass wir im laufenden Aufwärtstrend an dieser Stelle, also hier schön, das ist der Aufwärtstrend, der hier aktuell nach oben läuft. Beim Thema Aufwärtstrend möchte ich an dieser Stelle aber nochmal die richtige, wichtige Daten mit reingeben. Was betrachten wir denn hier im großen Bild und auch im großen Bild sind wir ordentlich nach oben gelaufen, wenn wir das mal zusammenraffen wollen. Und wir sehen halt hier in diesem großen Bild ist dieses Level hier oben, diese Mark, die wir hier oben haben, um die 1,338 bis 1,345. Also dieses Schwungband, was wir hier oben haben, ist jetzt im Laufe dieses Aufwärtstrend auch wieder mit angelaufen. Hat also eine sehr, sehr hohe Relevanz dort oben, dieser Bereich. Da kam es dann direkt entsprechend zum Abverkauf hier nach unten. Und jetzt renntet der Tag wieder schön nach oben mit rein. Das ist jetzt mal der Blick in die Woche, den wir hier haben. Das muss man so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Aber wenn wir uns jetzt mal den aktuellen Arm anschauen, also das, was hier nach oben läuft, dann haben wir definitiv einen Aufwärtstrend am Laufen. Und diesen Aufwärtstrend, den schauen wir uns jetzt mal genauer an. Denn an dieser Stelle haben wir hier die Situation, dass der Markt innerhalb der Korrektur hier schön nach unten läuft, schön trendig auch nach unten läuft. Das sehen wir gleich in kleineren Zeitrahmen. Und er formt dabei eine Art bullische Flagge aus. Diese engen Trendkanäle hier, das sind die bullischen Flaggen. Wir sind mittlerweile auch in einem sehr, sehr interessanten Level angekommen. Hier um die Marke von 1,30 in etwa. Hier das Tagestief hat man gestern knapp unten drunter. Das wäre sehr, sehr interessant, wenn wir jetzt von dieser Basis aus nach oben starten. Aber wir sehen es halt auch. Wir wissen noch nicht, ob der Drehpunkt wirklich schon erreicht ist. Denn wir haben hier in der korrektiven Phase natürlich auch noch einiges an Potenzial. Ich habe hier gerade mal den Entrybar vom MTUN-Live-Signal mit reingetan. Und hier sehen wir immer dann, wenn es grün wird, fängt der Handel aus der Korrektur an, wirklich interessant zu werden, mit dem Ziel oben rein zu laufen. Und das Ganze zeigt uns halt auch das Potenzial zur Unterseite. Wenn wir uns das mal anschauen, wir haben hier unten in diesem Bereich um die 1,28,63 in etwa, haben wir hier die Zwischentiefs liegen von der letzten Korrektur. Das war das Korrekturtief hier unten. Ganz knapp unten drunter haben wir auch noch 1,28, 1,28,45. Also hier liegen zwei Marker echt extrem eng zusammen. Und wir haben dadurch natürlich noch etwas Potenzial zur Unterseite rein. Das muss man hier an dieser Stelle konstatieren, ist halt einfach da. Und deswegen schauen wir uns das Ganze jetzt mal noch an. Wir haben, wie schon gesagt, Potenzial nach unten und auch nach oben. Das heißt, wir sind jetzt ungefähr in der Hälfte dieser Bewegung, die wir hier nach oben hatten. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal im kleineren Zeitrahmen mit anschauen wollen, hier an dieser Stelle, dann sehen wir gleich, was wir an Anlaufpunkten zur Oberseite und zur Unterseite haben. Nämlich, wenn wir uns das Ganze mal anschauen wollen, die Unterseite. Was bietet uns die Unterseite an? Die Unterseite bietet uns durchaus noch ein paar interessante Anlauflevel an. Nummer 1, das hatte ich gesagt, das ist der Bereich vom Tagestief von gestern, hier knapp unter der Marke von 1,30. Also das wäre sozusagen dieses Level, was wir hier jetzt haben an dieser Stelle. Das wäre der erste interessante Anlaufbereich hier auf der Unterseite. Wenn das Ganze hält, ja, das wäre sehr, sehr gut zu sehen. Dann haben wir die Chancen zur Oberseite. Da gehen wir aber gleich drauf ein. Wir müssen vorher noch die Unterseite besprechen. Und die Unterseite zeigt uns ganz klar, da ist noch ein bisschen was an Potenzial da. Heißt, in Persona, beziehungsweise in Zahlen ausgedrückt, hier unten dieser kleine Drehbereich, den wir hier unten haben, um die 1,29, 30, 33 hier. Das ist ein wichtiger Bereich. Da haben wir gesehen, in der Stunde wurde hier quasi der Boden für den nächsten Aufwärtsschub gebildet. Und dann noch ein kleines Stückchen tiefer hier in diesem Schwungbereich. Ebenfalls eine Bodenbildung aus, einem Schub nach unten, bevor dann hier dieser Aufwärtstrend gebildet worden ist. Das ist die Marke um die 1,28, 9. Das Ganze sehen wir hier an dieser Stelle als die Unterstützungen auf der Unterseite im Sinne der Aufwärtsdynamik des Tagesscharts. Das ist die Unterseite. Und jetzt kommen wir aber zur Oberseite. Und ich habe es ja gesagt, die Flagge, die wir hier haben, ist ein bullisches Zeichen. Wir trenden hier nach unten. Wir haben hier den Abwärtstrend da. Ich kann das Ganze auch gleich noch mal kurz skizzieren, wenn wir das mal machen mit dem Lower Timeframe. Man sieht es hier nicht ganz so schön, weil die Gegentrends natürlich auch immer drin sind. Der Lower Timeframe ist das, was unten drunter passiert. Also in der Zeiteinheit unter der Stunde. Deswegen nehme ich gleich mal kurz das Skizzierwerkzeug hier mit rein und zeichne einfach mal die wichtigen Marker ein. Das heißt hier, schaut mal, das hier ist die Gegenbewegung, also die Korrektur sozusagen nach unten hin. Das ist die Flagge, die wir hier momentan am Laufen haben. Und bei der Flagge, da sehen wir hier kurz das Zwischenstück nach unten, hier schon mal rein, dann oben drüber. Und jetzt wird es halt sehr, sehr wichtig, was passiert aus diesem ersten Schub oben drüber. Da wird es wichtig. Schaffen wir es nämlich hier, ein höheres Tief zu gestalten und dann nach oben raus zu laufen. Dann haben wir den Gegentrend und dann haben wir gute Chancen nach oben rein zu laufen. Und die Level, wo wir hinlaufen können, die sind ganz klar hier, die stehen schon mal jetzt fest. Wir haben hier die Level um die Marken von 1,31,22, 1,31,50 und dann oben raus sozusagen hier das Zwischenhoch bei 1,31,77. Da war das Zwischenhoch gelegen. Das sind die Marker, die wir hier schön nach oben planen können. Und wie schon gesagt, wenn es direkt jetzt über das Zwischenhoch hier bei 1,30,755 drüber geht, dann hätten wir den Aufwärtstrend und dann geht das Ganze nach oben. Ansonsten, wenn wir hier zur Wiederaufnahme der Abwärtsrichtung kommen, also das schaut dann sozusagen so aus, dass wir hier nach dem letzten Schub den Bruch nach oben hatten und dann direkt wieder runterdrehen und einen neuen Abwärtstrend machen. Das wäre natürlich ungünstig für die Long-Seite. Das ist dann genau das Szenario Ausdehnung der korrektiven Phase zur Unterseite hin. Und damit haben wir dann einfach das Signal von Mark. Hey, ich bin auch nicht fertig mit Korrigieren. Wir müssen noch ein paar andere Level mit reinnehmen und damit hier an dieser Seite als nächsten Anlaufpunkt unter 1,30 dann die 1,29, 33, 33, 33. Also dieser Schwungbereich, den wir hier an dieser Stelle mit drinnen haben. Das zum britischen Fund. So, dann hätten wir Nummer 1 besprochen. Nummer 2 haben wir heute auf der Uhr Euro-Kanadischer Dollar. Also hier an dieser Stelle der Blick in Euro-Kan-Dollar. Im Tageschart eine interessante Verortung, wie ich finde, wenn man das Ganze mal in größeren Bildern anschaut. Ich gehe mal ganz kurz hier auf die Woche rein. Sind wir hier in einer Phase, wo wir immer mal die Schwäche bekommen. Also wenn ich das mal ganz kurz skizziere hier an diesem Punkt. Wir sind hier, schaut mal hier, da ging der Markt nach unten, kurz nach oben und jetzt ging er hier in ein Tief rein. Das heißt, wenn wir uns das ganze Bild mal anschauen, dann sehen wir schon, wir sehen hier leichten Druck von oben nach unten. Auch wenn wir hier keine massiven, tieferen Tiefs haben, sind wir halt in der Situation, dass hier oben dieser Bereich zwischen 1,56, 3 und 1,56, 6, dass das schon ein arger Widerstandsbereich ist. Und in diesem Widerstandsbereich, schaut euch mal bitte hier an dieser Stelle diese Wochenkerze an. Ich meine, wir haben erst Dienstag, das muss man mal noch dazu sagen. Also da jetzt schon ein Bild über die Wochenkerze zu ziehen, ist ein bisschen früh. Aber wir sehen hier oben, der Markt wird da oben doch wieder unruhig. Und wenn wir uns das ganze Bild jetzt mal auf dem Tageschart anschauen wollen, dann sehen wir auch, was hier passiert. Und zwar, das ist der Punkt, schaut mal hier, 1,2, Abwärtstrend, Korrektur vom Abwärtstrend, hier oben in dieses Level reingelaufen, in dieses Widerstandslevel, in diesem leichten Widerstandsbereich, den wir haben. Und dann sehen wir jetzt so ein bisschen Schwäche mit reinkommen. Und das ist jetzt der interessante Punkt. Sollten wir hier tatsächlich einen Abverkauf bekommen, dann wäre es gut, wenn wir uns hier im Kurzfristbereich mal reinlegen würden. Ich mache mal kurz das MTO-in-Live-Signal mit rein, kurz einen Augenblick. Hier einfach STRG N drücken, MTO-in-Live doppelt anklicken und dann noch entsprechend ein paar Auswahlen machen, wenn man das möchte. Zack, da haben wir es drinnen. So, und jetzt schauen wir uns mal kurz den Lower Timeframe an, also den untergeordneten Zeitrahmen sozusagen. Das ist das, was wir auch gut in der Stunde sehen. Hier, das ist der Aufwärtstrend. Dieser ist momentan intakt. Das ist das, was die Richtung hier nach oben führt. Aber wir wissen, es ist die Korrektur. Und sobald sich hier ein Szenario nach unten anbietet, wäre das die Umkehr, dass man so ein Stück weit nach unten traden kann. Und aus jetziger Sicht ist bezogen auf diesen Aufwärtstrend auf alle Fälle mal hier an dieser Seite die Marke von 1, knapp 55. Das Zwischentief hier unten. Das wäre mal der erste Anlaufpunkt zur Unterseite. Sollten wir hier wirklich wieder einen Abprall bekommen. Und das Ganze schauen wir uns jetzt mal noch im Stundenchart an. Und da sehen wir schon, was hier an dieser Stelle los ist. Und da sehen wir hier im Kleinen hier oben dieser Bereich. Das ist natürlich jetzt hier das Level, wo sich der Markt immer mal so ein bisschen in den Kopf gestoßen hat. Ich mache das mal kurz hier in rot an dieser Stelle. Halt rot und nicht anders. So, kurz einen Augenblick. Zack, da haben wir rot. So, hier. Dieser Bereich da oben. Das ist das Level, wo der Markt nicht wirklich mehr weg wollte. Also die 1,56. So ganz grob in etwa. Und diese Marke bringt uns jetzt nach unten. Und wenn wir uns das mal kurz anschauen wollen, dann sehen wir, was hier los ist. Also an dieser Stelle hier. Das ist der Aufwärtstrend. Und jetzt haben wir hier die Situation, dass der Markt anfängt, einen Abwärtstrend zu bilden. Das heißt, hier an dieser Stelle sind wir von oben nach unten gelaufen. Sind wieder in diesen Widerstandsbereichen oben reingegangen und haben direkt runtergejobbt. Das heißt, hier gehen wir auf dem Weg nach unten. Und wir sehen es, im Kleinen ist hier auch schon wieder ein Abwärtstrend da. Also es mehren sich so ein bisschen die Punkte, dass wir sehen, okay, der Markt wird hier an dieser Stelle relativ schwach. Und hier haben wir jetzt halt dieses wichtige Level. Fallen wir deutlich unten drunter unter die 1,4580. Ja, dann haben wir hier den Abwärtstrend da, hier in zwei Formen sozusagen, im kleinsten Bereich. Und die Marker zum Anlaufen, die haben wir dann da. Hier, schaut euch mal an, dieses Level und dieses Level hier unten. Das sind mal zwei wichtige Zielbereiche, die wir da hier sehen. Das heißt, mal ganz kurz hier eine grobe Linie rüberziehen. Hier drüben haben wir die Kurse in etwa grob um die 1,556. Ja, und hier unten in etwa die Marke von etwas über 1,551. Also diese Zielbereiche haben wir definitiv auf der Unterseite da, wenn es drunter geht. Und das wäre dann die Situation zur Unterseite rein, dass wir hier Gegenbewegung zur Unterseite reinbekommen und das Level dort mit raufziehen. Ansonsten sollte dieser Support hier mal wieder halten, wir haben es ja hier schon gehabt, angetestet, hochgelaufen, hier auch angetestet, hochgelaufen, wäre das im Kurzfristbereich innerhalb der Range für die Kurzfriststrader ein interessantes Level. Das heißt, hier unten dieser Bereich, diese Marke 1,557,9, das ist die Unterseite. Und wenn es da nach oben abprallt, haben wir auch die Chancen zur Oberseite hin. Das müssen wir uns jetzt allerdings im Kleinstbereich mal anschauen. Das ist jetzt sozusagen die Range, die wir hier haben. Und wenn wir hier von unten abprallen, heißt das jetzt in diesem Kontext, dass wir hier über dieses Level drüber müssen. Das ist das Verkaufslevel hier bei 1,558,3 in etwa. Wenn wir das tatsächlich schaffen, dann haben wir Chancen, ein Stück weit nach oben reinzulaufen. Und dieses Stück weit nach oben hat dann natürlich das Potenzial, innerhalb der Range die Systematik zu geben, wo wir Ziele suchen können. Und da können wir uns hier in etwa im Median der Range ein bisschen aufhalten. Also ungefähr die Marke von 1,55,9. Sozusagen dieser Drehbereich, den wir hier in diesem Level auch haben, das wäre mal der erste Anlaufpunkt. Und das zweite, was uns hier im Kleinstbereich innerhalb der Range gegeben wird, ist hier oben dieses Level um, die 1,55,95. Das ist nochmal ein Zwischenanlaufbereich. Das ist planbar im Kleinen. Wenn es flott geht, innerhalb der Range durchaus ein kurzfristiges Szenario. Sollten wir hier nicht einfach unten drunter durchfahren. Und damit schauen wir jetzt auf Euro-Austral-Dollar. Da gab es ja vor kurzem den Ausbruch auf einer oder aus einer sehr, sehr langen Trading-Range. Wir sehen es hier unten auch verortet. Diese Range hat doch ganz schön lange innegehalten. Hier die wurde gebildet. Erstmals die Unterseite unterschritten im Juni, Ende Mai, Anfang Juni. Und das Ganze hat sich hingezogen bis jetzt in den Oktober rein, bis wir endlich mal durch die Range oben drüber durchgelaufen sind. Und wenn ich es jetzt mal etwas größerer mache, sieht man es auch schön zu sehen. Wir sind hier mittlerweile auch in einem Aufwärtstrend verortet. Schaut hier unten, erste Bewegung. Da sind wir erstmals über die Oberseite drüber gegangen. Dann unten rein. Und jetzt geht der Markt hier hoch. Und dann sind wir in die korrektive Phase eingelaufen. Jetzt ist es sehr, sehr interessant, wo sich diese korrektive Phase befindet. Nämlich hier direkt auf der Oberseite dieses Levels. Und das ist jetzt wirklich interessant. Sollten wir hier keinen Abverkauf bekommen, sondern eher Stärke zur Oberseite hin. Das wäre die spannende Geschichte. Dann das wäre ein Stärkezeichen. Und dann können wir davon ausgehen, wenn der Markt wieder nach oben rauf läuft, dass wir zunächst mal hier aufs Zwischenhoch gehen. Das schauen wir uns gleich auch im Stundenchart mal an oder im Vierstundenchart mal sehen, wo wir die Trends besser sehen. Naja, im Vierstundenchart sieht man es schon ganz gut hier an dieser Stelle. Und dann können wir hier an diesen Punkten auch bestimmen, wo schöne Anlaufpunkte sind. Das heißt, wenn wir hier von unten abprallen und nach oben laufen, wie schon gesagt, hier oben die Marke von 1,66,66. Also das Hoch hier oben, das gilt es zu überschreiten. Dann haben wir schön die Umkehr. Und diejenigen, die es ganz kurzfristig sehen wollen, Moment, wir machen das mal so. Hier, ich lege mal ganz kurz dieses Level hier oben drüber. Hier, da sind wir schon über diese kleine, extrem schmale Aufhebz- oder Korrekturschiene drüber gelaufen. Und wie schon gesagt, wenn wir jetzt tatsächlich rumdrehen, das wäre sehr, sehr spannend. Und für diejenigen, die es im kurzfristigen Traden wollen, hier haben wir es entsprechend da. Da der Markt nach unten. Also hier ist jetzt sozusagen der Prozess des Abprallens unten an dieser Unterstützungslinie. Hier, die ist jetzt noch in rosa gefärbt, aber das ist das Ausbruchslevel. Das heißt, das formiert sich jetzt zur Unterstützung sozusagen an diesem Punkt. Und da sehen wir hier an dieser Stelle, dass diese Unterstützung schon mehrfach getestet und gehalten wurde. Hier einmal, zweimal, ging jedes Mal nach oben. Hier sind wir ein bisschen tiefer reingelaufen, ging auch wieder nach oben. Und wenn wir jetzt die Systematik bekommen, dass wir hier tatsächlich aus diesem Schub nach unten die Kraft finden, nach oben zu trenden und dann hier diesen Aufwärtstrend zu machen, dann haben wir schön die Level zur Chart-Oberseite und Zielmarken sind auch zu finden. Das wäre logischerweise erstmal hier oben die Marke von knapp 1,67 und dann hier, das sind die Anlauflevel, die wir da haben, die wir schön mit planen können auf dem Weg nach oben, wenn der Markt hier weiter läuft. Und wie schon gesagt, das aus der kleinsten Zeiteinheit oder aus der kleinen, den 15 Minuten im Kontext zum 4-Stunden-Chart und das Ganze auch noch im Kontext zum Tagesschart. Dann haben wir drei aufgerichtete oder aufwärtsgerichtete Trends in die gleiche Richtung sozusagen laufen, in drei direkt zusammenhängenden Zeiteinheiten. Und das ist oft ein untrügerisches Zeichen dafür, dass der Markt wirklich hoch will. Also wir sehen es hier für die kurzfristigen Trader, was ist interessant? Interessant hier diese Aufwärtstrend-Bildung, das ist das kurzfristigste. Also hier in diesem Bereich haben wir, wenn wir hier über die 1,66,4 drüber gehen, einen kleinen Aufwärtstrend in den 15 Minuten. Wenn wir das Ganze dann weiter stricken wollen in die 4 Stunden rein, dann müssen wir sehen, wir brauchen den Markt hier oben über diese 1,66,66, also knapp 1,70, also 1,66,7. Hier in diesem Bereich drinnen, da sind wir dann am nach oben laufen, also das heißt, das wäre der nächste Marker in der kleineren Reihe, also aus den 15 Minuten in die Stunde sozusagen rein. Das wäre dann das, was wir hier sehen, hier nach oben, das hatten wir nach unten und wenn wir dann hier oben drüber laufen, dann sehen wir auch in den 4 Stunden den Aufwärtstrend nach oben laufen und den alten, das alte Trend hoch rausgenommen. Und das wäre dann tatsächlich auch das Umkehrsignal, was wir dann aus den 4 Stunden in den Tag mit reinnehmen. Also da schiebt sich das Ganze sozusagen von klein in groß rein und das ist die Situation, die wir jetzt hier durchaus haben und die durchaus interessant für eine Oberseite im Trading sind. Und ansonsten, wie ich schon gesagt, wenn das Level hier bricht, dieser Ausbruchsbereich, müssen wir uns nach unten orientieren. Marker haben wir auch liegen, ganz normal in der Korrektur dieses Aufwärtstrends, den wir hier haben, wäre mal unten dieses Level hier zu sehen, dieser Unterstützungsbereich, wo der Markt gedreht ist. Um die 1, na was haben wir gehabt, 63, 22 bis 20 hier unten rein. Also dieses Schwunglevel hier, das sind interessante Marker, wenn wir tiefer in die Korrektur laufen. Da müssen wir einfach nur abwarten und schauen, was der Markt hier spielt. So, weiter geht's an dieser Stelle. Machen wir kurz doch den Fragecheck an diesem Punkt. Auf Facebook sehe ich gerade keine Fragen. Das Golden Cross hatten wir schon, aber auf Zoom haben wir eine Frage. Danke dafür. Hallo, mich würde der Dow Jones interessieren. Dankeschön. Bitteschön, machen wir doch direkt weiter. Das war ein Ritt gestern. Hoho. Holla, die Waldfee an dieser Stelle. Also, wir sehen es. Schaut mal, wir haben hier drinnen liegen den SMA 50. Im Kurzfristbereich sind wir drunter gelaufen. Ich mache mal kurz aus der 50 noch die 200 für alle, die es interessiert. Der 200er gleitende Durchschnitt ist noch weit, weit weg. Ja, also wo wir gerade bei den Durchschnitten heute sind, da ist noch viel, viel Luft nach unten. Platz, um den zu kriegen, wenn wir den überhaupt kriegen. Das ist halt die Frage. Was wir im Dow allerdings sehen, ist doch deutliche Schwäche. Hier das Thema unten auch rein. Also, wir trenden jetzt hier definitiv mal nach unten. Das sieht man auch. Ich mache mal kurz die Stunde an dieser Stelle mit an hier, an diesem Punkt. Also, wir haben hier definitiv einen laufenden Abwärtstrend. Das kann man nicht wegdiskutieren. Und was wir hier jetzt sehen, ist die korrektive Phase. Rein von der Lesweise her, jetzt im kurzfristigen Bereich. Wenn wir uns das mal kurz anschauen wollen, was wir hier haben. Kurzfristig heißt, ich verbinde mal ganz kurz die Unterseite mit der Oberseite. Und wir sehen hier, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, einen Markt, der leicht keilförmig ist. Und das ist jetzt für das ganz kurzfristige Trading interessant. Brechen wir nach unten fort. Das ist jetzt der Dow Jones im Stundenchart. Haben wir kurzfristig erstmal die Anlaufmarke auf der Unterseite Richtung Tagestief von gestern. Da haben wir ein ziemliches Spike-Low gesehen hier unten. Was war denn das Tief? Wir müssen mal kurz schauen. Das Tief haben wir gehabt bei 27.364 Punkten. Ich mache das jetzt mal ganz kurz hier auf die richtige Größe. So, 64. Da ist das Tagestief von gestern gewesen. Und da sind direkt wieder Käufer reingekommen, die den Markt nach oben geschoben haben. Und jetzt wird es wichtig, wie weit die Korrektur läuft. Ganz klar, wenn wir uns den Stundenchart mal anschauen. Hier oben dieses Bruchlevel, als hier unter die Marke von 28.000 Punkten gefallen ist. Da hatten wir ja hier in der Sendung auch schon drüber gesprochen, wie wichtig dieses psychologische Level ist. Da haben wir hier drüben auch schon die Wichtigkeit gesehen, dass der Markt diese Linie oftmals als Trading-Drehpunkt gesehen hat. Und jetzt laufen wir hier hoch. Heißt also, mit Blick auf das, was wir momentan entsprechend haben, hier sehen wir, das ist momentan die Gegenbewegung. Und wenn sich dieses kleine, ich mache mal kurz den Lower Time-Trem an, schaut mal hier. Wenn wir diesen kleinen Aufwärtstrend, den wir hier haben, das ist das, was wir in den untergeordneten Zeiteinheiten sehen, in 5 Minuten. Wenn das nach unten wegbricht und wir tatsächlich hier unter dieses Zwischentief drunter fallen, unter die Marke von 27.700, und was haben wir hier unten im Low? Müssen wir mal schauen. 9. 27.709. Das wäre dann der Ausbruch aus dieser, sag ich mal, Keilformation. Und der bringt dann im Kurzfristbereich erst einmal so ein bisschen den Weg nach unten auf. Und damit sehen wir entsprechend hier die Zwischentiefs, die angelaufen werden, durchaus da. Ob das jetzt tatsächlich zum Bruch nach unten komplett führt oder wir nur ein Stück nach unten sehen und das Ganze nach oben dann laufen haben, Das wird uns dann der Markt entsprechend zeigen. Das heißt, wir brauchen natürlich auch so ein bisschen den Blick zur Oberseite. Und das heißt halt jetzt, solange wie dieses Muster, was wir haben, nicht nach unten aufgelöst wird, müssen wir natürlich auch immer so ein bisschen schauen, was zur Oberseite geht. Und wenn wir hier übers Zwischenhoch bei 27.800, und wo haben wir es oben drin liegen, 27.815, wenn wir da oben drüber laufen, das wäre natürlich dann in diesem Kontext zu sehen, eine Ausdehnung der Gegenbewegung zu dem, was wir gestern gesehen haben. Und das wird dann sehr, sehr spannend, wie der Markt dort oben reagiert. Schauen wir uns das Ganze mal in den Kleinzeiteinheiten noch an. Das heißt, hier mal der Blick in die 15 Minuten rein. So, hier kann ich auch mal ein bisschen diesen Marker etwas steiler ziehen an dieser Stelle. Also, es ist jetzt nicht der stark von unten nach oben laufende Keil, aber man sieht schon, die Unterseite sieht anders aus als die Oberseite. Die Trend, das Trendverhalten haben wir hier trotzdem, wenn wir uns das mal ganz kurz anschauen wollen. Hier schaut es, hier trendet der Markt nach oben, kleine Gegenbewegung, wieder aufwärts, dann wieder abwärts. Und wenn wir sozusagen hier unten drunter fallen, dann ist dieser Kontext definitiv weg. Das heißt, dann ist dieser Aufwärtstrend, den wir hier haben, ist gezielt ihn gleich nochmal ein. Dann ist der gebrochen und das wäre dann tatsächlich das Ausbruchssignal sozusagen durch die Unterseite hier an dieser Stelle. Und damit wäre dieser Trend gebrochen und wir gehen hier nach unten rein. Da müssen wir uns dann zur Unterseite orientieren. Also, wir haben hier ein paar Anlaufpunkte, die durchaus da sind. Schafft es der Markt, den Absprung hier von diesem Level zur Oberseite hin zu machen und über die 27, 8, 15 drüber zu laufen? Dann ist der Weg nach oben natürlich offen und die Marker, die wir offen haben, in die Gegenbewegung rein, die sehen wir natürlich auch. Das wäre mal hier dieser Bereich hier unten, wenn wir das mal kurz rüberziehen wollen. Hier, das ist die Marke von ungefähr 27,885 Zählern in etwa. Das ist Nummer 1, die wir hier haben. Und dann können wir noch weiter nach oben gehen. Hier oben dieses Bruchlevel, was wir hier oben haben, wo der Markt hier rumgedreht ist. Dieser Marker, beziehungsweise das ist ja auch der Bereich in etwa, den wir hier oben haben. Na, und da sehen wir hier in etwa den Bereich von 27,900 und ein paar in der 50, 60 Zähler. Das sind die Marker, die wir durchaus zur Oberseite haben, auf dem Weg zur 28,000-Punkte-Marke. Für alle, die dies fein haben wollen, hier oben schaut mal, dieser Bereich hier in etwa, das ist so dieses Level. Und da bitte auch nicht genau immer den letzten Punkt nehmen, sondern wir sehen es ja hier. Die werden berührt, kurz unterschritten und dann geht es in eine andere Richtung. Das sind grobe, grobe Marken, 27,975 hier oben in diesem Level. Also sehr, sehr interessant, was hier passiert. Das bietet auf alle Fälle einige Chancen für den heutigen Handelstag. Und damit sage ich jetzt für unsere Morgenbesprechung erstmal Danke fürs Zuschauen. Weitere Fragen sehe ich hier an dieser Stelle nicht. Das heißt, wir sehen uns morgen wieder für die Besprechung der Handelsideen live hier bei Tickmill Deutsch beziehungsweise über Zoom die Ideen des Tages für morgen. Ansonsten alle gute Trades vielleicht bis nachher um 14 Uhr in der Zoom-US-Wahl-Debatte. Und dann freue ich mich schon auf den morgigen Tag. Bis dahin. Tschüss und danke fürs Zuschauen.